Hallo und Willkommen zu einem FamRama Video. Heute gegen 10 Uhr ist das Stallmeister Event gestartet. Davon habe ich ja auch berichtet. Und zwar beim FamRamaStatter unter Spezial zu... ...nä, Saisonartikel. Könnt ihr hier den Stallmeister kaufen. Ähm, der geheimnisvolle Stallmeister baut dir in 5 Stunden einen Stall. Doch was für ein Schmetterlingshaus, Eichhörnchenstall oder ganz was anderes. Überraschung. Das heißt, ein Stall kostet 15 tot Gulden und daraus wird dann ein zufälliger Stall. Daraus kann hier ein Classic-Stall, Gelber-Stall-Upgrade, Classic-Upgrade, Orangen-Stall-Upgrade, Produktionsstalle, Elch-Stall, Kängur-Stall, Ferienmaus-Höhle, Überlegungsstall. Und die zwei Sachen sind neu und die sind auch ganz selten, Schmetterlingshaus und die Eichhörnchenhütte. Und so sieht man, wie aus einem Stallmeister ein anderen Stall wird. Zack. Und man bekommt einmalig 400 EP beim Abernten. Und so sehen auch mal hier die seltenen Stille aus. Ja. Kaufen wir erstmal ein. Das heißt, in 5 Stunden wissen wir, was satt geworden ist. Den müsst ihr... Ja, unter dem Q-Button finden und dann hier den ersten Button. Hier steht er. Wenn ihr den aufbaut, seht er so aus. Zack. Ah, und dann läuft automatisch die Zeit. 5 Stunden nach 5 Stunden könnt ihr den Abernten. Da bekommt ihr einmalig 400 EP und dann kommt ein zufälliger Stall daraus. Wenn er fertig ist, melde ich mich wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.